Wenn es um Angebote und Vertragsabschlüsse für Werk- und Dienstverträge geht, höre ich aus unseren operativen Standorten immer wieder. Müssen wir das so kompliziert machen? Das geht doch auch einfacher. Lass uns doch einfach am Projekt arbeiten. Meine eindeutige und immer gleiche Antwort darauf ist, nein, es geht nicht einfacher, zumindest im Moment nicht. Warum? Das möchte ich gerne erläutern. Grund ist das 2017 angepasste Arbeitenüberlassungsgesetz und die Auswirkungen des Gesetzes auf Dienst- und Werkverträge. Durch den Wegfall der sogenannten Vorratsverleiherlaubnis sind Werk- und Dienstverträge, die nicht dem Geist des Gesetzes entsprechen, mit drakonischen und für unsere Branche potenziell existenzgefährdenden Strafen belegt. Das musste und muss ich in meiner Verantwortung für das Unternehmen und die Mitarbeiter ernst nehmen. Genauso nehmen wir als Unternehmen aber nicht nur die Verantwortung für unsere Mitarbeiter, sondern als Dienstleister auch für unsere Kunden wahr. Denn unsere Aufgabe ist es, schon immer uns intensiv auf geänderte Rahmenbedingungen einzustellen, damit wir unsere Kunden und uns nicht durch fehlende Ernsthaftigkeit einem unnötigen Risiko aussetzen. Eine ungewollte Publicity wünschen wir uns alle sicherlich nicht. Daher haben wir mit dem Inkrafttreten der Arbeitnehmerüberlassungsgesetzreform unser bestehendes Vorgehen bei Werk- und Dienstverträgen evaluiert und unsere Lösungen zur Umsetzung compliance-konformer Dienst- und Werkverträge weiterentwickelt und an die neuen Anforderungen angepasst. Das Ergebnis? Prozesse und Tools, die unseren Kunden und uns eine höchstmögliche Rechtssicherheit bieten. Dass unsere Prozesse den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, hat uns im Übrigen auch die DEKRA als erstem Unternehmen der Branche in einem Zertifikat bestätigt. Mindestens so wichtig wie die Vertragsgestaltung ist es, die Zusammenarbeit in der Praxis auch rechtskonform zu leben, zum Beispiel bezogen auf die Auftragsanpassungen oder Erweiterungen. Wir wären nicht Ferchau, wenn wir nicht auch dazu gute und nachhaltige Lösungen haben und permanent an der auch IT-basierten Weiterentwicklung arbeiten würden. Mit Ferchau sind Sie auf der sicheren Seite.